Grüß Gott und herzlich willkommen zu WeitBlick. Die katholische Weltkirche lebt. Das sieht man hier in Europa nicht zuletzt auch an den vielen Priestern und Priesteramtskandidaten, die aus aller Herren Länder bei uns in Europa studieren und dann auch kurze Zeit in den Pfarreien wirken. Eine der Ausbildungsstätten für diese Priester, für die Weltkirche, ist das überdiozesane Priesterseminar Heiligenkreuz bei Wien. Mein heutiger Gesprächsgast ist der Direktor dieses Seminars, Martin Leitner. Grüß Gott, Herr Leitner. Herzlich grüß Gott, danke für die Einladung. Herr Leitner, in Ihrem Priesterseminar haben Sie Seminaristen aus 15 Nationen mit 19 verschiedenen Muttersprachen. Wie kommt das? Ja, zuerst darf ich noch einmal ein bisschen nach oben schrauben die Zahlen. Wir haben jetzt schon 17 Nationen und es werden wahrscheinlich 20 oder 21 Muttersprachen sein. Ich glaube, das kommt von zwei verschiedenen Dingen. Einerseits die Hochschule Heiligenkreuz, an die wir ja als Seminar ganz untrennbar angeschlossen sind. Und das ist ja eine gemeinsame Geschichte, de facto seit 1975, seitdem das Vorgängerinstitut durch den Regensburger Bischof Graber damals bei uns in Heiligenkreuz etabliert wurde. Die Hochschule hat einfach einen Ruf, dass hier eine gute fundierte Ausbildung zum Priestertum in der akademischen Situation auch der heutigen Zeit stattfindet. Das ist die eine Seite. Und dieser Ruf, der geht sicher über die Grenzen Österreichs schon weit hinaus. Ich habe von einem Bischof aus Uganda zum Beispiel, der auf Besuch war und auch Seminaristen schicken möchte, dann gehört, er spürt einfach, dass Menschen, die von dieser theologischen Richtung her kommen, auch gut in seiner Diözese dann einsetzbar sind und auch dann mitunter auch in die Lehrberufe hineingehen können, in die Ausbildung der Priester. Und das Zweite ist natürlich, gerade für Länder, die sich eine Ausbildung eines Seminaristen in Europa nicht leisten könnten, dass wir den Patenschaftsfonds haben, wo es um die 30.000 Wohltäter in ganz Europa gibt, denen einfach wichtig ist, dass es gut ausgebildete Priester gibt und die mit ihren Spenden, oft von der kleinen Spende bis zu wirklich sehr namhaften Beträgen, es sind oft wirklich sehr potente Familien, die hier auch dahinter stehen, dadurch auch ermöglichen, dass die Diözesen dann auch ihre Seminaristen nach Europa schicken können, wo das Leben, die Lebenserhaltungskosten natürlich um vieles höher sind als im eigenen Land. Und ich glaube, diese beiden Pole sind es, die wir hier sehen, dass dadurch Menschen eben aus so vielen verschiedenen Nationen, aus de facto vier Kontinenten derzeit, nur Australien fehlt uns noch, bei uns im Heiligenkreuz studieren und bei uns im Leopoldinum die Formation auch erhalten. Sie haben schon angedeutet, dass Ihnen da beinahe die Türen eingerannt werden, dass Sie also sehr, sehr viele Priesteramtskandidaten aus aller Herren Länder bei sich haben. Aus Europa hört man ja immer nur Priestermangel in Deutschland, überlegen die Priesterseminare schon, inwieweit man sich zusammenlegt, ob nicht auch Fakultäten geschlossen werden und so. Wie kommt das, diese Diskrepanz zwischen der Weltkirche und uns in Mitteleuropa? Ich denke an den Satz, den mir vor kurzem ein afrikanischer Priester gesagt hat, oder Bischof sogar gesagt hat, der war aus Nigeria bei uns auf Besuch, der blendend Deutsch sprach, weil er selber auch in Deutschland eine Zeit lang studiert hatte und der gesagt hat, ihr seid damals, vor einigen hundert Jahren zu uns gekommen, habt uns die Signale des Christentums gebracht und heute können wir euch etwas nach Europa zurückschenken. Und ich glaube, das ist ein bisschen diese Bewegung, die wir jetzt auch sehen bei uns. Wir haben schon auch Studenten aus Europa, wir haben doch einige Studenten aus dem Erzbistum Salzburg auch bei uns, das sind deutsche Österreicher, aber auch einige schon aus anderen Ländern natürlich, auch aus Indien zum Beispiel studieren, einige direkt für das Erzbistum Salzburg. Wir haben sicher in Europa so eine, ich würde sagen, es ist das Ende dieser konstantinischen Zeit, in der es so selbstverständlich war, Christ zu sein, Katholik zu sein. Ich denke, nicht unbedingt mit besonderem Froßrind darin, dass in einer Zeit von Maria Theresia die Leute den Beichtzettel nach der Beichte zu Ostern beim eigenen Hauswart abgeben mussten. Der hat die Beichtzettel gesammelt und dann die Pfarrie wieder weitergegeben. Also man war ja da in einem System drinnen. Das System ist nicht mehr da, es ist heute eine sehr große Weite und Breite. Es ist vielleicht auch ein bisschen die Schattenseite dessen, was wir doch als Wohlstandsgesellschaft in Europa sehen. Wir haben da oder dort vielleicht, wie es Erzbischof Lackner vor kurzem gesagt hat, vergessen, dass wir auf Gott vergessen haben. Es ist schon das doppelte Vergessen passiert in Europa. Und das spürt man auch an den Berufungen. Man spürt es auf der anderen Seite aber auch, und das ist für mich immer das große Plus und der große Hoffnungsanker auch, diese Blüten, die entstehen auch durch manche neuere Gemeinschaften, wo auch junge Leute aus Europa mit viel Enthusiasmus dann kommen, oft über ganz verschiedene Wege, die wir eigentlich gar nicht so wahrnehmen. Also ich glaube, da sollte Gott nicht irgendwelche Schranken vorgeben, wie er die Leute beruft. Und das ist ganz verschieden, von einer ganz konservativen Seite genauso wie von einer sehr charismatischen, offenen Seite her. Aber eben Menschen, die dann auf einmal doch spüren, da ist ein Ruf da und den möchte ich gehen. Also ich gebe die Hoffnung für Europa nicht auf. Das muss ich immer dazu sagen. Ich sehe da auch bei uns viele Hoffnungsanker. Aber im Moment ist natürlich schon die Kirche eine Kirche in Afrika, eine Kirche in Asien. Das spüren wir sehr, sehr stark auch bei uns im Seminar. Was unterscheidet denn Ihre Seminaristen aus der Weltkirche von den Mitteleuropäern, die Sie ja auch bei sich im Seminar haben? Da gibt es natürlich große kulturelle Unterschiede. Und ich sehe es immer als gnadenhaft an, dass in dem Zusammenspiel von so vielen verschiedenen Nationen es trotzdem so überraschend gut und harmonisch im Seminar geht. Ich sehe natürlich gerade bei asiatischen Studenten, dass dort ein noch ganz anderer Gehorsamsbegriff auch steht. Also diese, wie wir im Wienerischen vielleicht auch ein bisschen so eine lockere Art haben oder so, ist für manche aus Asien oder auch aus Afrika am Anfang überraschend und undenkbar. Also ich denke an eine ganz lustige Geschichte vor kurzem, als mein Sekretär mit einem der afrikanischen Seminaristen sprach und der hatte ein kleines Anliegen, irgendwas hätte er sich kaufen müssen. Ich weiß jetzt nicht, worum es ging. Und dann sagt mein Sekretär zu ihm, na dann geh doch zum Direktor und frage ihn. Und der ist sofort erstarrt, weil das war, also wenn man in Afrika im Seminar zum Direktor geschickt wurde, das war der letzte Tag, in dem man im Seminar war. Dann musste man gehen, da war irgendeine große Katastrophe passiert. Und da brauchen die Leute oft ein bisschen sozusagen, um aufzutauen, um da zu merken, es geht bei uns ein bisschen anders. Und ich glaube, das ist so einer dieser Punkte. Auf der anderen Seite aber auch, und das ist das, was mich so erfreut, gerade die afrikanischen Seminaristen bringen eine solche Energie auch des Glaubens mit hinein. Auch dieser Bischof, von dem ich erst erzählt habe, aus Nigeria, als er in Deutschland studierte, hat er gesagt, die erste Messe ist mir vorgekommen wie ein Begräbnis. Weil er einfach natürlich diese afrikanische Art, dieses Singen, dieses Tanzen, diese ausgestrahlte Freude vermisst hat. Und das ist für die Seminaristen oft eine Herausforderung, dann da einmal ein bisschen abzukühlen, dass sie in unserem Kulturbereich hier auch in guter Weise dann sich auch integrieren können. Aber zugleich bringen sie auch sehr viel davon mit. Und das ist auch für mich als Priester natürlich immer erfreulich, auch zu sehen, mit wie viel Enthusiasmus Menschen kommen, oft dann ja auch die ersten zwei Jahre mal die deutsche Sprache lernen müssen, ja, da wirklich Tag und Nacht über den Büchern sitzen, weil sie dieses Ziel vor Augen haben. Und das kann uns vielleicht auch neu in Europa wieder anstecken, ein bisschen diese Freude, zu sehen, dass Christentum nicht einfach eine halbe Stunde oder Stunde am Sonntag in der Kirche ist, sondern dass es viel, viel mehr ist und dass es keine Sonntagspflicht ist, sondern dass die Leute Freude daran haben, den Gottesdienst zu feiern, dass sie Freude daran haben, gemeinsam zu beten. Gerade jetzt im Sommer sehen wir das, wir haben nur die Deutschschüler derzeit im Haus, die anderen sind natürlich in den wohlverdienten Ferien. Auch wenn wir als Führung gar nicht da sind im Moment, da oder dort, weil wir selber Urlaub haben oder so, tagtäglich beten sie freiwillig das Stundengebet miteinander, tagtäglich wird Anbetung gehalten. Also da sieht man diese Freude am Glauben und können wir vielleicht, wo wir in Europa ein bisschen müde geworden sind, wieder aufgeweckt werden davon. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns da geschenkt werden kann, auch von den Leuten aus Asien, aus Afrika, aus Südamerika, da lerne ich jeden Tag ein bisschen dazu. Das eine sind so allgemeine kulturelle Eigenheiten, die man bemerkt an den Seminaristen, das andere sind natürlich wirklich berührende Lebensgeschichten. Was hat Sie denn besonders berührt, wenn Sie an bestimmte Personen denken? Also mir fallen so ad hoc drei verschiedene Geschichten ein. Das eine ist, wir haben seit einem Jahr circa auch einen Seminaristen, der der Orthodoxenkirche angehört, also nicht den Unierten, aus Georgien. Und mich hat immens gefreut, als er wurde von seinem Bischof eben zum Studium geschickt und auch zu uns ins Seminar, mich hat immens gefreut, als er dann zu mir einmal sagte, er ist gerührt, wie wohlwollend er innerhalb des katholischen Bereichs aufgenommen wurde. Also offenbar hatte er von seiner Vorbildung oder so einen anderen Blick auf die katholische Kirche. Und das hat uns eigentlich sehr gefreut zu sehen, er fühlt sich wohl bei uns im Haus. Und er ist wirklich ein integriertes Mitglied, er ist nicht irgendein Fremdkörper. Und das ist etwas sehr Schönes. Und ich denke auch an eine Geschichte, die vor einigen Jahren passiert ist. Das ist ein indischer Seminarist, der bei uns ist, der aus einer neueren Ordensgemeinschaft gekommen ist und bei uns studiert. Und dann hat ihn ein Mitseminarist aus unserem Haus dann einmal zu Hause in Indien besucht. Und dort eine ganz einfache, arme Familie von Bauern mit, glaube ich, neun Kindern oder so. Und dort ist es eben üblich, in diesem Gebiet in Indien, dass man auf dem Boden sitzt und aus einer großen Schüssel gemeinsam isst. Aber weil der Seminarist seinem Vater erzählt hat, wie man das in Europa tut und dass man da Tische hat und jeder seinen eigenen Teller, hat man wirklich um viel Geld, was für die Leute wirklich viel Geld war, einen Campingtisch und einen Sessel und einen Teller und ein Besteck für diesen Gast gekauft. Und mit der wenigstens so wie in Europa. Der andere Seminarist hat gesagt, mir wäre das kein Problem gewesen, mich mit den anderen hinzusetzen. Aber man wollte ihm einfach zeigen, wir wertschätzen auch, wie das in Europa ist. Also das war so ein Punkt, der mir immens auch zu Herzen gegangen ist. Und natürlich etwas in der letzten Zeit, das war die Geschichte eines der Seminaristen aus der griechisch-katholischen Kirche, die wir aus der Ukraine haben, wo wir viele Wochen gearbeitet haben dran mit vielen Erklärungen, dass es notwendig ist, dass er bei uns studiert, dass es ihm möglich war, dann trotz des allgemeinen Ausreiseverbotes von jungen Männern, dann die Ukraine wieder Richtung Heiligenkreuz zu verlassen. Und wir sind dann gemeinsam zur Botschaft gefahren, um noch eine Bestätigung zu holen. Und wo er einfach auf einmal erzählt hat, wie er selber miterleben musste, wie ein altes Ehepaar von einem Soldaten vor seinen Augen erschossen wurde. Und wo ich merke, wie in diesem jungen Menschen so viel zerbrochen ist. Also das sind schon Dinge, die wir immer wieder auch erleben. Es gibt auch oft sehr, sehr komische Dinge, dass halt so ähnlich wie bei dem indischen Seminaristen dann manche Gepflogenheiten, die bei uns üblich sind, einfach für die Leute nicht gewohnt sind. Und dass wir dann manchmal denken, wie kommt der auf die Idee jetzt irgendetwas so oder so zu tun. Und es ist oft dann auch sehr viel Humor dabei manches Mal, wenn wir merken, dass halt hier dann so manche kulturelle Erfahrungen aufeinander stoßen. Aber das belebt irgendwo auch unsere Gemeinschaft und das macht das Ganze doch auch sehr interessant und jeden Tag eine neue Herausforderung. Wenn man mit Entwicklungshelfern spricht, kommt manchmal das Vorurteil, ja in Afrika wird man ja Priester, weil man sonst nichts lernen kann. Also sozusagen man kann dann seine Familie, seine erweiterte Familie ernähren und es geht gar nicht so um den Glauben. Wie erfahren Sie denn das? Ich sage einmal so, die Leute, die zu uns kommen, sind sicher Leute, die ganz tief in der Berufung sind. Und dieses, ich glaube, es ist ein Vorurteil auch in vielen Bereichen, denn Priester sein hat immer auch mit dieser Tiefen, mit diesem Angerührtsein von Gott her zu tun. Und ich glaube nicht, dass jemand auch wirklich den Weg dann zu Ende gehen würde, der das nur aus einer Not der Familie heraus machen würde. Also vielleicht gibt es Einzelne, das kann ich jetzt nicht so sehen. Man kann in die Menschen nicht wirklich bis ins Letzte hineinschauen. Aber ich kann dafür wirklich Zeugnis ablegen, die Leute, die zu uns kommen, das spürt man, die haben die Berufung, die haben oft auch sehr viele Hindernisse überwinden müssen. Oft auch die Hindernisse der eigenen Familie, die das oft gar nicht wollte, dass sie Priester werden. Also das ist nicht so, dass die geschickt werden, weil sie halt sonst nicht ernährt werden könnten. Oft auch Hindernisse dann im eigenen Seminar dort, weil sie aus einem anderen, gerade in Afrika, wenn die Stämme dann zusammenkommen, die sich vielleicht so nicht ganz grün sind und so weiter. Also wenn ich dann schaue, wie viele Hindernisse diese Menschen überwinden, dann muss ich eher sagen, der ist nicht deswegen Priester geworden, weil er damit Geld verdienen kann und keinen anderen Job macht, sondern weil er einfach diese Tiefenrufung von Gott gespürt hat und dadurch auch vielleicht vieles aufgegeben hat. Ich denke, die Menschen, die zu uns kommen, können meistens erst nach drei, fünf, sechs Jahren wieder einmal in die Heimat zurückfahren, auch aus finanziellen Gründen. Und das tut man nicht einfach so. Und da muss etwas anderes dahinter stehen. Wir hatten jetzt einen Diakon aus Indien verabschiedet, der nach achteinhalb Jahren das erste Mal wieder seine Eltern gesehen hat. Der macht das nicht deswegen, um Geld zu verdienen, sondern weil er wirklich diesen Ruf in sich trägt. Es kommen also Menschen mit einer tiefen Berufung zu uns nach Europa, die hier lernen sollen. Wie sehen denn diese Menschen die Reformbestrebungen, die wir hier gerade in Europa anstrengen in der Kirche? Also manche lächeln darüber, über welche Probleme wir uns den Kopf zerbrechen, die für viele auch gar keine Probleme sind. Diese sogenannten heißen Eisen, die in der Kirche oftmals dann auch medial aufgewärmt werden und so, betreffen die Menschen eigentlich nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, was man auch lernen könnte bei unserer Seite, zu sagen, worum geht es denn eigentlich? Und für mich ist ja das auch, wenn ich selber noch denke, ich war ja lang genug auch in der Seelsorge als Pfarrer tätig, wenn es wirklich um die eigentlichen Sorgen und Nöte der Menschen ging, dann waren das nicht die Kontroversthemen der Kirche, sondern da waren das ganz andere Dinge, die sie ganz persönlich betroffen haben. Und ich habe den Eindruck, dass genau diese Themenbereiche, die die Menschen in unserem Herzen betreffen, auch die Themen dieser Seminaristen aus den anderen Ländern sind. Und daher ist, glaube ich, diese Frage dieser Reformen, die in Europa so angestrebt werden, eigentlich nicht wirklich Thema für diese Leute. Was wären das für Themen? Sicherlich einmal die ganze Situation, auch der Armut, die wir natürlich sehen in vielen Bereichen. Und da hat uns Papst Franziskus ja, ich würde sagen, eine Steilvorlage auch geliefert, wirklich hier diese Option für die Armen, wie sie auch schon im Zweiten Vatikanischen Konzil ja ganz klar definiert wurde, auch ernst zu nehmen und wahrzunehmen. Also diese Aussprüche, die Papst Franziskus ja immer wieder auch in diese Richtung uns schenkt, die ja so wertvoll auch sind. Also diese Kirche, die den Geruch der Schafe annehmen soll und so weiter. Ich glaube, das sind Dinge, auf der anderen Seite schon, und das dürfen wir nicht ganz unterschätzen, natürlich auch, auch das hat Papst Franziskus angekreidet, oftmals auch ein gefährlicher Klerikalismus, der in die falsche Richtung führt, wo auch viele aus diesen Ländern, das hat mit dieser Frage des Gehorsams und auch zu tun, was ich am Anfang gesagt habe, doch auch mitunter noch ein bisschen Probleme haben. Da können wir auf der Seite vielleicht auch sagen, dieses Miteinander-Umgehen auf Augenhöhe kann auch bei uns gelernt werden. Und das freut mich, dass wir zum Beispiel afrikanische Priester und Seminaristen in einem Seminar gemeinsam haben, in der gleichen Wohngemeinschaft, und es hier keine starken Unterschiede gibt, oder dass der Priester da sich irgendwie bedienen lassen würde. Also das ist, glaube ich, auch ein Lernprozess. Die Grundthemen, die wir, glaube ich, in der Kirche haben, die Frage, wie steht es um meine Liebe zu Gott, um meine Liebe zu Christus, wie steht es um meine Liebe zur Kirche, das sind, glaube ich, die Dinge, die uns alle verbinden, über alle Nationen hinweg. Und die Kontroversthemen, die da oder dort einmal angesprochen werden, die kann man mit Respekt betrachten, nicht die Leute gleich einmal aburteilen, die einmal einer anderen Meinung sind oder so, aber auch dann schauen auf der Grundlage der Tradition der Kirche, auf der Grundlage der Theologie, wie kann man damit umgehen. Und das versuchen wir auch bei uns im Haus und auch an der Hochschule. Die Theologie ist natürlich ein Kern der Ausbildung Ihrer Priesteramtskandidaten. Ist das eine mitteleuropäisch geprägte Theologie oder aus welchen Quellen schöpfen Sie da? Also grundsätzlich ist es natürlich, wie es die Kirche auch vorgibt, eine Theologie, die auch nach der Lehre des heiligen Thomas von Aquin natürlich bis heute auch aufgebaut sein soll. Es ist in vielen Bereichen natürlich eine mitteleuropäisch geprägte Theologie. Ich denke an die Dogmatik durch Pater Dr. Karl Wallner, der natürlich ein großer Verehrer auch des Hans Urs von Balthasar zum Beispiel ist. Also das ist diese Schiene, die hier gefahren wird. Auf der anderen Seite aber auch, ich würde sagen, das Cum Petro et Sub Petro ist das Grundprinzip einmal. Zu sagen, wir schauen, dass die Lehre der Kirche in guter Weise eben auch in den akademischen Fächern vermittelt wird. Es ist ja bei uns das Studium doch etwas intensiver und schwerer als an manchen staatlichen Fakultäten. Wir haben mehr Dogmatik, wir haben mehr Sprachen. Also da sind einige Dinge doch, ich glaube auch ein bisschen mehr Philosophie, wenn ich den Lehrplan richtig im Kopf habe. Also da sind schon einige Dinge sehr, sehr stark auch betont. Und es geht einfach, glaube ich, darum, nicht jetzt eine europäisierende Theologie, das wäre verkehrt vielleicht zu sagen, aber aus dieser großen theologischen Tradition, die wir auch, wo wir in Mitteleuropa auch schöpfen können, aus der heraus auch den Menschen dann für die heutige Zeit geeignete Theologie auch nahezubringen und die Philosophie natürlich auch. Man hört hin und wieder von Kandidaten oder auch von Leuten, die zu Seminaren zu Ihnen kommen, den Satz, In Heiligenkreuz kann man Theologie lernen, ohne den Glauben zu verlieren. Was steckt denn hinter diesem Satz? Ich weiß von manchen, die an staatlichen Fakultäten mitunter dann ihre Berufung oder ihren Weg zum Priestertum abgebrochen haben, ohne dass ich jetzt eine Schuldzuweisung da oder dort hingeben will. Aber wie kommt das? Ich denke mir, dass bei uns die Theologie, die akademische Lehre auch wirklich eingebunden ist in ein Glaubensleben. Das beginnt sicher damit, dass es keine Vorlesung gibt, die nicht der jeweilige Professor auch mit einem Gebet beginnt oder auch Professorin. Wir haben ja auch einige wirklich großartige Theologinnen und Philosophinnen im Lehrkörper. Es ist dann auch diese Harmonisierung, dass die Vorlesungszeiten und die Zeiten der Gebete, sowohl bei uns im Seminar als auch im Kloster Heiligenkreuz, aufeinander abgestimmt sind. Also man hat nicht eine Konkurrenz, dass man jetzt entscheiden muss, beten oder akademisches Studium, sondern wir haben einen Tagesplan, der aufeinander abgestimmt ist. Und man sollte eines nicht vergessen, hinter jedem Seminaristen in unserem Haus, hinter jedem Studierenden an der Hochschule, sowohl Frauen und Männer, die bei uns auch als Freistudierende da sind, stehen viele Leute, die beten. Und ich glaube, das spürt man einfach, dieses Getragensein. Das Getragensein durch ein Kloster mit einer schon fast 900-jährigen Tradition, seit dem 11. September 1133, wo tagtäglich gebetet wird. Das Getragensein durch einen Kamelorden, nicht weit von uns, in Meierling, gerade ein paar Kilometer entfernt, wo diese Schwestern auch Tag für Tag, auch alle die Studierenden, alle Seminaristen, alle Priester und Priesteramtskandidaten ins Gebet hineinnehmen. Eine eigene Gebetsgemeinschaft, die wir für unsere Seminaristen noch gegründet haben, sogenannte Gebetspatenschaften, wo Menschen, da geht es uns gar nicht um finanzielle Unterstützung, sondern wo Menschen einfach sagen, ja, ich weiß, ich bete genau für den James oder für den John, der bei uns im Haus ist. Und da auch vielleicht eine ganz rührende Geschichte, auch für mich als Direktor wird gebetet in diesen Gebetspatenschaften. Und es ist eine Familie in Deutschland, wo die Frau begonnen hat, die Mama erst einmal für einen Seminaristen zu beten. Dann hat der Vater gesagt, naja, dann mache ich auch mit. Er hat sich auch eine Patenschaft übernommen. Dann kam der kleine Sohn mit, glaube ich, acht Jahren. Er sagt, ich will auch für wen beten, aber ich will für den Direktor beten. Und dann kam die Tochter, die gerade so in dem schwierigen Alter der Pubertät ist, und sagt, wenn ihr das könnt, dann kann ich das auch. Und jetzt wird jeden Tag in dieser Familie Familiengebet gehalten für unsere Seminaristen und auch für mich. Und der kleine Junge betet jeden Tag für mich das Ave Maria. Also das ist so schön, wenn man das auch sieht. Ich glaube, das ist eine Getragenheit, die wir dann auch dort spüren. Und immer wieder, wenn Menschen zu uns nach Heiligenkreuz kommen, ob zu Gast bei uns im Seminar, mal ein Seminarist auf Zeit, wir haben manchmal Gäste, die sagen, möchten wir das Haus mal anschauen, ob es Leute sind, die Kloster auf Zeit machen, ob es einfach Besucher sind. Sie sagen, man spürt irgendwo so eine gute geistliche Atmosphäre. Und das scheint eben auch sich abzubilden, wenn Menschen dann sagen, ich kann dort studieren, ohne den Glauben zu verlieren. Die Theologie getragen vom Gebet. Sie haben ja sehr viele Leute aus der Weltkirche. Wirken die auch auf Ihre Theologie? Haben Sie auch einen Theologieansatz, der nicht nur mitteleuropäisch ist? Kommen auch zum Beispiel Heilige aus anderen Ländern vor? Auf jeden Fall. Also wir haben uns auch zwei Dinge dazu zum Vorsatz gemacht. Einerseits, wir haben eine Hauskapelle, eine Anbettungskapelle im Seminar, wo wir uns bemühen, dass von jeder Nation, das ist erst am Anfang, muss ich dazu sagen, ein Heiliger oder eine Heilige auch mit einem Bild oder mit einer Reliquie auch präsent ist, die einfach für diese Leute irgendwo auch eine besondere Bedeutung hat. Also wir haben eine indische Heilige, die bereits mit Reliquie auch bei uns in der Kapelle ist. Wir haben eine wunderschöne Ikone, auch des heiligen Nikolaus, der für die Byzantiner, aber auch für uns, der Nikolaus ist überhaupt bei uns ein großer Fürsprecher, da ist. Das ist die eine Seite, einmal so auf der spirituellen Ebene zu sagen, wir bemühen uns auch hier diesen großen Schatz der Weltkirche auch hereinzunehmen. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist es auch einfach auch schon durch die Person von Pater Karl zum Beispiel gegeben, der natürlich als Direktor von Missio und von seiner Erfahrung her hier auch sehr viel auch wieder neu einfließen lässt in den Erfahrungsstaat seiner Vorlesungen. Da bin ich jetzt nicht der Richtige, denn mein Studium ist schon 30 Jahre her. Aber was ich schon von den Rückmeldungen der Seminaristen höre, ist es schon so, dass wir jetzt nicht in einer Kapsel, einer europäischen irgendwo eingesperrt sind, sondern dass da sehr viel auch aus diesen Ländern, derer, die da kommen, auch dabei ist. Es wäre vielleicht auch einmal in Zukunft schön, wenn wir aus diesen Ländern auch dann Professoren an der Hochschule hätten. Da ist im Moment natürlich der Stand der Professoren und Professorinnen auch aufgrund der Wegstrecken derzeit natürlich ein fast ausschließlich europäischer. Dann hoffen wir, dass Ihre Studenten das ändern werden, dass wir mehr weltkirchliche Impulse in die europäische Theologie auch einfließen lassen und dass unsere Fragen sich dann vielleicht auch wieder den wichtigen Themen zuwenden. Vielen Dank, Herr Mag. Leitner, für das Gespräch. Sehr gerne, danke vielmals. Liebe Zuschauer, bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich für Ihr Interesse. Das war Weitblick. Bis zum nächsten Mal. Gottes Segen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017